Kennt einer von euch Wolfgang Beltracki? Wenn du Wolfgang Beltracki nicht kennst, dein Leben hat keinen Sinn. Vergiss Richard David Precht. Ich habe den zugegebenermaßen über Richard David Precht kennengelernt. Es ist der weltweit immer noch lebende, relevanteste Kunstfälscher aller Zeiten. Man kann nicht mal sagen, dass er Gemälde gefälscht hat, sondern er hat Gemälde gemalt und da dann die Unterschrift von berühmten Malern drunter gefaked. Also er sagt selbst, er hat keine Gemälde gefälscht, er hat nur das Gesamtwerk einzelner Künstler um einzelne Gemälde erweitert. Und so hat er um die 300 Gemälde in Umlauf gebracht und irgendwie um die 50 Millionen Dollar damit verdient. Witzigerweise haben auch schon Hinterbliebene von diversen Künstlern gesagt, also Mensch, dieses Werk von meinem Mann, das war wirklich das Beste, was mein Mann je gemalt hat. Und dabei stammt das eben von diesem Wolfgang Beltracki. Du kannst ja ein Gemälde nicht einfach faken, indem du jetzt sagst, ich gehe jetzt... In den Buntstiftehandel meines Vertrauens hol mir dann da einen Farbmalkasten von Pelikan und mal dann da ein paar schöne Bildchen. Sondern du musst ja auch diversen Prüfungen standhalten, beziehungsweise deine Gemälde müssen diversen Prüfungen standhalten. So ein Gemälde wird beispielsweise erstmal unter Schwarzlicht oberflächlich kontrolliert, weil eine weiße Farbe unter Schwarzlicht heute ganz anders aussieht, als vor 200 Jahren die Weißfarben ausgesehen haben, weil die mit ganz anderen Inhaltsstoffen hergestellt wurden. Also das heißt, da wurde dann zum Beispiel Ei als Bindemittel genutzt oder sowas, ja. Du musst natürlich auch beachten, dass so ein Gemälde von vor 200 Jahren heutzutage einiges an Rissen aufweist, weißt du. Oder dass dann im Rahmen beispielsweise noch 200 Jahre alter Dreck zu finden ist, wenn du das Bild aus dem Rahmen holst und so weiter. Der hat für alles im Prinzip chemische Verfahren entwickelt oder rekultiviert, um praktisch nicht mehr unterscheidbar zu sein von Originalgemälden. Der Typ ist halt verheiratet und seine Frau ist Mitwisserin und hat ihn da in diesem Ding auch noch supportet. Der ist irgendwann durch irgendein Gemälde aufgeflogen, dann konnten sie ihm am Ende, glaube ich, um die 14 Gemälde nachweisen. Und dann saß er, glaube ich, für sechs Jahre im Knast und die Frau für vier Jahre. Und heutzutage, und das ist jetzt der absolute Hammer, heutzutage ist ein Wolfgang-Beltracki-Bild mehr wert als teilweise die Bilder von Künstlern, die er gefälscht hat. Also es gibt Filme über ihn, Dokumentationen über ihn. Ich weiß gar nicht, wie der Typ mir einfach verborgen bleiben konnte, ja. Die nächsten Wochen werde ich mir komplett auf Lunge ziehen, was ihn angeht. Der Typ ist dabei auch nicht mal ein Arschloch. Der bildet sich nicht mal einen auf sich ein, was er, also jedes Recht hätte, das zu tun, ja. Du musst kunsthistorisches Wissen haben, du musst biochemisches Wissen haben, du musst auf so vielen Gebieten eine Expertise mitbringen, um das durchzuziehen, was er durchgezogen hat. Unfassbarer Typ, aber absolut bodenständig. Er und seine Frau kamen dann in den Knast und, wie gesagt, die konnten dem halt 14 Bilder nachweisen. Er wollte aber erst nicht kooperieren, beziehungsweise war erst nicht geständig. Und über die Frau haben sie den dann geknackt, haben sie gesagt, hör mal, wenn du jetzt die 14 Bilder gestehst, dann kannst du deine Haft hier irgendwo wohl mit der zusammen verbringen, whatever. Daraufhin hat er dann gesagt, ja komm, dann gestehen war. Dann hat er auch eine verhältnismäßig hohe Strafe bekommen, weil sechs Jahre sei wohl viel. Da dachte ich so, naja, für die Millionen, die er erbeutet hat, und für den Schaden in der Kunstwelt, den er angerichtet hat, ist ja sechs Jahre jetzt eigentlich nicht so viel. Ich bin ja ein riesiger Ocean's Eleven Fan, ja, und der Typ ist für mich halt wie so eine Art deutsches Ocean's Eleven, als eine Person eben auf den Kunstmarkt wird so krass. Habe ich dir mal die Geschichte erzählt, wie ich bei Edeka erkannt wurde? Ich erzähle sie für den Chat trotzdem nochmal. Frag mich nicht, warum. Ich war auf so einem Seitenbacher Bergsteiger-Müsli-Trip und wollte mir dann eben Müsli und Milch holen. Und das Müsli hatte ich schon und dann habe ich so nach der Milch gesucht. Und ich hatte so eine Lederjacke an und an der Lederjacke hatte ich halt so ein Voltec-Logo-Anstecker. Ich war zu dem Zeitpunkt auch noch auf so einem Hafermilchtrip. Ich stand dann vor dem Milchregal und habe halt verzweifelt die Hafermilch gesucht. Und die Hafermilch haben sie aber irgendwo anders nicht gekühlt gelagert. Und ich suchte also verzweifelt die Milch und auf einmal spricht mich so ein Typ an, also ein Mitarbeiter, und sagt so, kann ich Ihnen helfen? Und ich so, ja, ich suche die Hafermilch. Und er so, ja, kommen Sie mit, kann ich Ihnen zeigen. Übrigens, coole Jacke. Und ich so, okay, strange, aber okay, danke. Und dann hat er mich da hingeführt und dann hat er gesagt, so, hier haben wir die Hafermilch, unser Sortiment, blablabla. Ich so, ja, dankeschön. Und dann er so, ähm, sind Sie nicht zufällig auch in der Gruppe Voltec Germany, oder? Und ich so, ja doch. Und dann so, sind Sie aufs Jahrbilly? Und ich so, ja. Und mein Arbeitskollege so komplett konnte sich nicht mehr halten, weil er weiß auch so grob, was ich hier mache. Für den war dann alles vorbei. Ich habe dann gesagt, ach, du bist auch in der Gruppe, ja, ich bin der Stefan und dies und das und jenes. Und ich bin auch schon lange in der Gruppe. Und ich so, ja, voll cool und so. Ich, ich sage so, ich wurde auch noch nie gekannt. Witziges Gefühl so. Das war, das werde ich zur Lebzeiten nicht vergessen. Das war auch so, ich glaube, so eine C&A Kunstlederjacke, ja. Wenn das eins nicht ist, dann eine coole Jacke. Und mit diesem Voltec-Pin so auf Brusthöhe. Er guckt so, coole Jacke und ich so, das ist eine C&A-Jacke, entspann dich. Aber als er dann Voltec Germany angesprochen hat, ich, oh Junge, ich bin rot angelaufen und mein Arbeitskollege, der ist gestorben vor Lachen, ey. Sind Sie auf sehr billig. Maximal cringe. Aber es war ein unangenehmes Gefühl, weil es ist schon so, weißt du, wenn dich Leute kennen, die du nicht kennst, ist es schon irgendwie strange. Also ich müsste das nicht in einem größeren Maße haben, sage ich wie das. Aber ich glaube, da musst du dir auch als Fallout 76 Twitch-Streamer auch überhaupt keine Gedanken auf Lebzeit zu machen. Gott sei Dank.